Musik Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Verbundbatterie Espada Palms Displaybox dran mit 100 Schuss von der Firma Geisha bzw. RuPro Feuerwerk. Wir haben hier einen Verbund, wie gesagt, aus 100 Schuss. Wir haben hier vier 25 Schussbatterien mit dem Kaliber 25 mm drauf verleitet aus der Pyro Rebels Serie und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal kurz die NEM an. Die NEM beträgt hier. Oh, ist leider zerriesen. Finde ich es nochmal woanders. Nein. Wartet, ich gucke mal, ob ich das zusammenfummeln kann. NEM beträgt 1400 Gramm, soweit ich es lesen kann. Also der Zettel ist ein bisschen zerrissen wie an der Seite. Aber soll uns ja egal sein. Wir gehen mal raus zur Zündung. Wir machen weiter mit der Espada Palms Displaybox. Wir machen weiter mit der Spiebox. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Bis zum nächsten Mal.